Hannover 96 gegen den BVB, TV, Livestream, Highlights, Aufstellungen, Live-Ticker, alles zum 2-Spieltag der Bundesliga Am 2-Spieltag der Bundesliga muss der BVB zu Hannover 96. Goal erklärt, wie ihr das Spiel im Livestream und TV sehen könnt. Nach dem souveränen 4-1-Sieg von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig steht für den BVB schon am 2-Spieltag der Bundesliga die nächste schwere Aufgabe auf dem Programm. Am Freitag muss das Team von Trainer Lucien Favre zu Hannover 96. Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr. Obwohl die Offensive um Marco Reus schon beim Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig bestens funktionierte, steht künftig ein weiterer Stürmer im Aufgebot des BVB. Paco Alcaca wurde für ein Jahr vom FC Barcelona ausgeliehen und soll die Abgänge von Pierre-Emerick Aubameyang und Mischi Batshuayi vergessen machen. Auch bei Hannover 96 steht ein Offensivmann im Fokus und könnte gegen den BVB weiter an seiner märchenhaften Geschichte schreiben, Hendrik Weidand. Der Mittelstürmer lief vor vier Jahren noch in der Kreisklasse auf und feierte am vergangenen Wochenende ein Traumdebüt. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung gelang ihm gegen Werder Bremen sein erster Bundesliga-Treffer. In diesem Artikel erfahrt ihr, wo ihr die Begegnung zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund im TV- und Livestream sehen könnt. Außerdem informieren wir über die Aufstellungen beider Teams und erklären, wo die Highlights zu sehen sind. Wie schon in der vergangenen Saison überträgt Eurosport die Freitagsspiele der Bundesliga exklusiv. Dabei werden die Begegnungen allerdings nicht im Free-TV, sondern nur auf Eurosport 2 HD Extra im BTV übertragen. Um diesen Kanal zu empfangen, wird ein spezielles Abonnement benötigt. Beispielsweise das Programmpaket HD+. Alternativ kann man das Programm auch im kostenpflichtigen Livestream empfangen. Wie bereits im Abschnitt zur TV-Übertragung erwähnt, haben Fans von Borussia Dortmund und Hannover 96 die Möglichkeit, die Begegnung des 2-Spieltags der Bundesliga im Livestream zu sehen. Alles, was dafür benötigt wird, ist ein Zugang zum Eurosport-Player. Dieser kann entweder online über die Website von Eurosport gewucht werden oder via Amazon-Channel. Im 12-Monats-Abo kostet der Eurosport-Player 4,99 Euro pro Monat. Bucht man über die Amazon-Channels kostet der Dienst 5,99 Euro pro Monat, kann allerdings jederzeit monatlich gekündigt werden. Beginn der Übertragung ist bereits um 19.00 Uhr. Moderator Jan Henkel wird durch die Übertragung führen, während TV-Experte Matthias Sammer ihm mit seinen Analysen zur Seite steht. Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr nach dem 1 zu 1 gegen Werder Bremen soll für Hannover 96 gegen den BVB im Idealfall der erste Dreier her. Dabei hofft die Mannschaft von Trainer Andre Breitenreiter auf die Tore von Mittelstürmer Niklas Vöhlkrug, der in der Spitze den Vorzug vor Hendrik Weidand bekommen hat. Mit Wallers, Takuma Asano und Kevin Wimmer stehen insgesamt drei Neuzugänge in der 96 Startelf. Etwas überraschend steht auch Youngster Linton Meiner in der ersten Elfpunkt. Der deutsche EU-Nationalspieler überzeugte in der Vorbereitung und wurde bereits in der vergangenen Woche gegen Bremen eingewechselt. Esser, Sorg, Anton, Wimmer, Albernoz, Fossum, Wallers, Bebou, Asano, Meiner, Vöhlkrug. Im Vergleich zum 4 zu 1 Sieg gegen RB Leipzig verändert Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre seine Mannschaft auf nur einer Position. Anstelle von Christian Pelissic beginnt Neuzugang Marius Wolf auf dem rechten Flügel. In der Offensive wird er von Marco Reus auf links und Maximilian Philipp im Sturmzentrum unterstützt. Paco Alcacca, die neue Sturmhoffnung des BVB, sitzt vorerst auf der Bank, nachdem er erst unter der Woche aus Barcelona verpflichtet worden war. Mit Manuel Akanji, Abdu Diallo, Thomas Deleni, Axel Witsel und Marius Wolf stehen dennoch fünf Neuzugänge in der Startelf der Borussia. Bürki, Bischtschek, Akanji, Diallo Schmelzer, Deleni Witsel, Dahoud, Wolf Philipp Reus. Auch Fußballfans ohne Zugang zum Eurosportplayer haben natürlich die Chance, bewegt Bilder der Begegnung zwischen Hannover 96 und dem BVB zu sehen. Schon 40 Minuten nach Abpfiff sind die Highlights der Partie bei der Zone zu sehen.Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der Zone. Hol dir jetzt einen Gratis-Monat. Ab Montagmorgen um 0.01 Uhr haben wir die besten Szenen des kompletten Spieltags zudem bei Goal auf der Seite. Neben den Höhepunkten von Hannover-Versus.BVB findet ihr dort natürlich auch die Highlights der acht anderen Spiele des Zwei-Spieltags. Wer schon während der 90 Minuten mit Infos zum Spiel zwischen Hannover 96 und dem BVB versorgt werden will, die Partie allerdings nicht sehen kann, dem sei ein kostenloser Live-Ticker ans Herz gelegt. Goal bietet einen solchen Ticker zu allen Spielen der Bundesliga. Dementsprechend natürlich auch zu Hannover gegen Borussia Dortmund am Freitagabend. Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder Schiedsrichterentscheidungen informiert euch der Tickerer zusätzlich mit spannenden Statistiken und Fakten rund um die Begegnung. . .